Da ist noch einer. Ja, ja, oh, wie ist du, oh, fuck, brutter Hals, Alter, in den Hals. Ja, servus Leute, und was geht zu einem weiteren Battlefield 1 Video? Wir spielen heute zusammen mit da draußen kennen wir von anderen Let's Play Videos. Anfangs wollte ich das Video eigentlich nicht hochladen. Ich habe mich aber dann dazu entschieden, es doch zu tun und mit euch zu teilen. Es ist einfach so ein epischer Fight gewesen. Deswegen Leute, haut rein, liked das Video. Wir sehen uns dann. Servus. Ja. Oh, es geht los. Ich gehe mal auf E da runter. Uh, hier ist ein Kampf. Stadtkampf, so geil. Ich bin ein Scheiß-Snapper, oder? Hab ich nicht so blöder, Snapper? Wow, da kommt ein Panzer. Ich bieg gleich mal in die Gasse ab. Oh, wir haben auch einen drin. Da kommt noch ein Panzer. Ich scheiß doch drauf. Genau, genau, aber die respawnen war super. Oh, jetzt gehst du in meine Sackgasse. Da fahrt nämlich gleich, glaube ich, der andere umdecke. Ich fahr, ich renne da mal weiter. Kommt man da nirgends vor rein, Alter? Lauf einfach, lauf, lauf, lauf. Ja, da wurfst du immer herum, rennt. Ja, wir sind richtig, Alter. Da haben wir ein Fahrzeug eingepanzert. Das ist los. Oh, yeah. Na komm, steig ein, Alter. Ja, das war's, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich geh auf F, weil das verliehen wir gleich. Ja. Ich bin hinter dir. Alles klar. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Friedrich ist verloren. Was ist mit ihr los? Was ist mit ihr los? Ja, Einsatzziel Friedrich verloren. Scheiße, da ist er nicht dabei. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn. Da ist noch einer. Ja, ja, oh, wie ist der, oh, fuck, brutal ist er, Alter. In den Hals rein mit dem, mit dem Scheiß-Bajonett. Hey, da kommt ein Panzer, aber der gehört zu uns. Den mag ich. Das ist ein Blutepanzer. Oh, da ist schon wieder Gas. Masken aufsetzen. Aber ich glaube, das ist unser Gas. Oh, das war knapp. Wissen du, pass auf, da ist ein Sniper hinten. Neue Klassenstufe erreicht. Jawoll, Sanitäter Klassenrang 1, endlich aufgestiegen. Hinter dir ist einer. Haben. Uh, der ist mit dem Kopf gegen die Säule getrunert. So, wohin, Alter? Oh, da ist ein Sniper oder irgendwas. Schießt auf mich. Ja, Fels, hör gleich zu, Mann. Damit kommst du auf die Beine. Achtung, Granate, Granate. Der rennt da vorne irgendwo rum. Da ist er beim Hügel. Ich treffe kein einziges Mal. Haben. Oh, kommt noch so. Wir haben Einsatzziel Celsar. Fünfer Lager. Okay, jetzt check ich. Wow, da kommen zwei. Da kommen zwei. Da kommen drei, glaube ich. Ein Deutscher. Schaut so arg aus. Aber ich habe einen, ich habe einen erwischt. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe einen extrem angeballert. Aber irgendwie ist er nicht mitgekommen. Ich bin off F. Verteidig, das Ziel. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Braucht jemand erste Hilfe? Danke, Kleiner. Das ist jetzt schon voll da. Das ist jetzt schon voll da. Eins, zwei. Ja genau, Fünfer Ladestreifen sind das. Nein, gut. Nein, meine Waffe hat genau zehn Schuss. Und ich habe aber fünfer Ladestreifen drin. Ich habe jetzt nämlich immer überlegt, wie ich am schnellsten oder besten nachlade. Weil wenn es komplett leer ist, braucht es unlange. Und jetzt habe ich überlegt, okay, zwei Schuss noch raus oder so. Zwei Schuss ist aber scheiße, weil das sind nur zwei einzelne Schuss vom Ladestreifen. Das heißt, man muss zwei einzelne Patronen nachladen. Was zu lange dauert. Deswegen, jetzt immer fünfer Schuss verschießen, Max. Oh, da steht ein Panzer, oder? Nein, Panzer ist das Fahrzeug. Oh, nein. Nein. Oh, 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 da ist einer links, links. So, den müssen wir einmal. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Da oben ist ein Sniper. Oh, oh, ich habe nur Leuchten gesehen. Oben im Fenster, links. Scheiße, Alter. Fuck, Alter. Ich stehe die ganze Zeit beim Falschen. Alter. Hier, erste Elfe. Danke. Wir haben Einsatzziel Albert. Scheiße, Sniper. Versorg deine Wunden. Gut. Gewechsler. Oh, Sanität in der Nähe. Oh, Sniper von unten. Der ist ganz Sanität in der Nähe gestanden. Ja, ich weiß. Das ist jetzt auch ziemlich geil. Das zeigt uns nämlich immer an, wie weit der nächste Sanität entfernt ist. Da weißt du, ob da jetzt einer herkommen könnte noch oder nicht. Ich gehe zu A runter. Wir zeigen auch in dem Spiel es wirklich immer mehr darauf hin, dass du Teamplay spielen sollst. Dass du wirklich zusammenspielen sollst. Ja. Rechts, rechts, rechts. Da. Nein. Er hat mich erschossen. Schrotflinte. Headshot. Gib ihn. Wieder belegel. Ich lieg da unten. Danke. Hier, erst der Hilfe. Der ist ja. Also, ich muss sagen, es taugt mir ziemlich. Schon, gell? Es ist echt geil. Es ist echt lustig zum Spielen wieder mal so normale Wappen. So, nichts abgespacedes. Kein scheiß Call of Duty Blödsinn. Das habe ich in die anderen Videos und Live-Videos auch schon gesagt. Das Video wird sowieso auch hochgeladen. Da mache ich im Nachhinein noch ein Intro dazu. Ich habe jetzt auch schon in meiner anderen Videos erklärt, dass ich Open Mind Channel jetzt habe. Das heißt, einfach immer über alles mögliche, die offene Meinung sagen, ob es dem passt oder nicht. Aber ich habe damit auch, weißt du, ich habe es da nicht mitgekriegt, wo ich aufzug bin bei Mafia 3. Weil die meine Videos einfach zensiert haben. Weil ich zu viel geschimpft habe, weil das Mafia-Spiel einfach wirklich der ärgste Schrott war. Ja, aber warum haben es den einen Tipp nicht? Was haben wir? Ja, der eine, äh, was in der Gruppe da ist? Oh, Snapper, alter. Das Video hochgepustet hat. Eigentlich sehr nützt. Das was sich so über das Code aushaut. Ja, keine Ahnung. Weiß noch nicht. Ja, deswegen, ich rede jetzt einfach offen, weil es deswegen habe ich auch gesagt, meine Leute, die mir zuschauen, ähm, dass ich halt einfach offener reden werde jetzt. Ja, ist ja da. Ja, weil offene Meinung ist ja jedem wichtig, ne? Ja, wo bist denn du überhaupt? Jetzt gerade am Arsch. Sorry, äh, tust du dir irgendwas mutieren? Ja, warte, ich bin bei dir. Wir rennen jetzt auf... Na, oder? Verteidigen wir mal kurz die. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Aber einfach so, wenn wir jetzt gerade mal zum Atom schauen da, ja. Es ist schon sehr geil gemacht. Also, es ist wirklich... Ja, voll. Es ist wirklich, wirklich gut gemacht. War gemacht, ja. Oh. Oh. Irgendwas ballert auf mich. Das war ich. Hey, macht doch keinen Spaß draus. Östliche Brücke verteidigen. D. Jo, das ist auch geil, dass ich, wenn ich das jetzt markiere, dass du das so angezeigt bekommst, eine Zeit lang. Und wenn das abgelaufen ist, dieser Kreis links, ja? Ja. Dann musst du... Ah, dann... Dann... Ähm... Warte, drehen wir auf eh weiter, komm. Verteidigt das Ziel bis zum letzten Mann. Oh, wer schreit da? Wer schreit da? Achso, ja. Da schreien wir auch einmal. Oh, auf mich hat das irgendwas voll geschossen. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Danke. Arvin. Sehr gut. Wo kommt zurück, hol der Hälfte. Boah, ich krieg ja fett Punkte für Heilung. 121 Punkte. Erste Hilfe, greift zu! Danke mal! Da geht's voll ab. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich arg, wie's da abgeht. Wow, wow, wow. Da hörst du, wie's alles runtersteht. Oh, hinter mir, hinter mir. Irgendwann mich da wär... Erste Hilfe. Erste Hilfe. Erste Hilfe, greift zu, Mann! 20 Kills, muss ich irgendwas schaffen. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Kriegst du so eine Medaille? Nein, ich markier's grad. Shit. Was krieg ich? Wo war der? Ob ich was bekomme? Eine Medaille. Für was? Irgendwie 20 Kills, was gesagt hast. Ja, na, das... Ja, genau, das ist eine Medaille. Die ich was... Eingelegt hab. Das ist mir auch schon aufgefallen, wo ich vorher Österreich-Umgang gespielt hab. Ähm, war es so, dass du sogar auf die Panzer die Österreich-Fahne gesehen hast. Purgeil. Halbzeit, wir haben die Oberhand. Hier, Erste Hilfe! Verteidig das Ziel! Ich bin schon schwanger, wenn wir dann spielen. Er obert das Ziel! Kann mir jemand, der ist die Hilfe leisten! Was geht ab? Da drüben brennt alles und mein Gott, da Uhr kriegst du das an? Da rennt du der Name. mit dem Flammenwerfer herum. Oh mein Gott. Was geht eigentlich? Ich sehe überhaupt nichts, kommt da nicht mehr raus. So, jetzt renn wir mal irgendwo hin. Ich muss mal was beziehen. Oh, shit! Nein, was war... Wo war der? Da drüben. Lass mich wiederbeleben. Na ja, oder? Ja, ich komm schon. Ah, voll, ich sehe die Meter. Fünf... Fünf Meter. Oh. Sehr gut, danke. Du bist auch mutig, siehst du mitten auf der Brücke. Was verliehen wir? Cäsar. Ja, dann renn wir auf Cäsar rüber, oder? Na? Geht ihr? Ähm, das ist das Problem, ich drücke noch immer Uhr auf die R1. Ja, ich hab... Weil nicht der Cäsar... Dann grüße ich mich immer, wenn ich die Knöpfe auf Cäsar rüber habe. Ah. Fuck. Uuuuuh. Der hat diese neue Waffe, das ist das Spezialwaffe. Oh, ich kriege gerade so viele Punkte fürs Heilen. Ich bin tot, zur Info. Und liegt da noch immer oben. Kannst du mich nicht heilen? Warnschau. Wo bist du? Ich liege oben noch immer. Ich bin jetzt auch dort. Hei. Alter, schau doch mehr. Das ist eh wohl, wer tot ist. Ur-gru... Ur-fetten... Totenkopf hast du noch vom Ding. Jawohl, ich bin... Platz 10 und gleich eine Trophäe und noch irgendwas. Kriegsanleihen, irgendwas erhalten. Bam, was geht jetzt da? Äh. Ich würde mir gerne helfen, aber... Aber es geht nicht. Hier, erste Hilfe. Oh, 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 oh. Erste Hilfe, nimm's schon. ich habe ihn gesehen er hängt da oben jetzt rennt er weg holt sich eine neue position wo bist du so rennen auf b weiter damit kommst du auf die beine ich kann warte ich kann nicht kommen ja da war rein auf den hund wiederbeleben jawohl ich habe einen trocken es kommt einen zu dir ins Haus hinter dir oh ich bin wieder gelähmt nein nein wir haben einsatzziel friedrich verlobent sie dürfen dieses ziel nicht kriegen verteidigt das panzer kommen wir gehen da wirklich so wie das urs wort vor saugeil takna extrem die der besetzten fenster ich kippe nicht voll extrem rein ich schwöre ich komme aber voll gerade so richtig vorher schwöre ich da jetzt wirklich ich fetz mich das mal in das mp war einfach mal so im feuer rein da gibt es nichts was machen wir dann rennen wir mal zur ehre überhebe sind eigentlich nur gut wie besitzen fahrten oder bw sp sp näher das hat ein zug das ist unser naja gehört nicht zu uns ich kann den schaden machen weg da weg da weg da weg da fack war das knapp der zug geht ziemlich ab der ist extrem der ist abnormal was ist mit ihm los wo du fetzt alles zusammen alle gebäude schäbern alles wackelt alles ich bin dir irgendwie raucht du bist du alter wo bist du der straße sticht mich weg mein gott herzlich mir kommt vor als würde mich jedes mal in der nazi umbringen wirklich im zweiten weltkrieg das erinnert mich so extrem im zweiten weltkrieg ich bin jetzt wieder da habe ich ja genau in einem panzer bist du ja nein nein es geht sich nicht mehr aus ich bin ein voll idiot ich wollte ihn noch wiederbeleben und sterbe selbst bitte um wiederbeerlebung danke ich gehe jetzt schon vor auf c panzer hinterher nein dann rennen wir auf d oh es kommt da auf ein typ granate runter gleich zu ihm granate runter zu ihm jawohl wir haben ihn getroffen mit der granate erste helfe oh fuck da steht der fette zug der fette zug oh mein gott was geht jetzt schon wieder ab hoch 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 hier erste helfe ginge wenn die häuser sind welche drinnen wirklich warte ich komm zu dir ich komm zu dir ich komm zu dir ich komm zu dir nein ich bin tot ein leichter panzer schießt mich einfach mal so weg von der seite was geht ab die extreme brückenschlacht aber wie geil ist das bitte diese ganzen szenarien was du da durchlebt jetzt auf einmal brückenschlacht vorher nur häuserkampf und so ist ich lebe wieder ich lebe wieder es gibt soziale menschen hier hast du mich wieder gelöbt ja da rein dann halt durch na oh shit da einmal voll heilung für alle gibt's jawohl 303 punkte gleich gebe ihm vollgas wie ein böse oh 400 über 400 punkte maske aufsetzen wir haben einsatzziel david verloren erobert ich krieg voll die punkte grad fürs heilen hinter uns hinter uns irgendwo ich sehe aber leider nichts ich kann mich heute jemand zusammenschrecken belebe den da drüben renn da drüber und belebe den wir haben einsatz ziel david erobert da ist wieder einer hol da den hol da den wir haben einsatz ziel emil verloren erste hilfe ich hoffe das zeug nützt was damit kommst du auf die beine mit dein leben ah oben ich bin tot ich flieg dich zusammen ich bin tot ich bin tot ich bin tot total arg wie die spawnpunkte glaube ich auch so angelegt sind extremst geil aber holen wir uns zähler vorne wo da kommt ein panzer einfach mal so da kommt ein panzer zu mir runter einfach mal so jawohl ich hab so ein typ da gerade aufschalten nein ich bin tot liegt einer am boden den habe ich überhaupt nicht gesehen 88 auch noch die stars warum schon wieder die musik eigentlich wenn wir gleich gewonnen haben muss man aufpassen nicht dass man das zweite wort dazu sagt ja leute ich werde aber jetzt das video abschluss abschließen andy was wolltest du noch sagen nein war ein paar epische momente dabei sind es doch zu einem video noch gemacht danke fürs zuschalten auf jeden fall zu zuschalten blödsinn fürs einschalten fürs draufklicken fürs liken sage ich auch noch mal danke wir sehen uns im nächsten video servus oh ich bin sogar noch ein video abschließend auch leibernd servus so und 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 und